Prima Ey das ist aber cheaten Jetzt hab ich nen Dynamit Ich auch Oh fuck der steht da noch ein Au Ich blute Die Challenge gnadenlos schief gegangen Ey ich hab jetzt auch noch ne Spritze mitgelobt Echt? Ey ne Ok dann nehm ich die jetzt auch raus Jetzt musst du die auch rausnehmen ja das ist ja fies Ich hab die gerade weggeschmissen Ja Ach du heiliger das wird ja lustig Ey aber sobald Einer liegt Und darf gelootet werden oder? Nein Es wird hier nicht Waffen von anderen geklaut Ne ja das ist ja Das zählt ja nicht Mhm Raus geh ich jedenfalls nur mit den Füßen voran Apelle Ja das ist ja lustig Fäuste Lass mal Boxkampf machen Ja hier Komm her Zack Junge ich bin Axel Schulz meiner Ja Wir kloppen uns erstmal hier Was ist da los? Oh da Fettsack Da auch Fettsack Oh Jan Lass mal kloppen Hey kloppen mit Faust Ne Ich glaube wir kommen keine zwei Meter weit Ich find das einfach nur geil Ich find das einfach nur geil So funny Bulls ne Das Gute ist Es ist ja preiswert Der kloppt erstmal dagegen Das musst du mit der Faust machen Scheiße Da vorne ist ein Flammabler Ja naja Boxen Wir haben alle zwei Fäuste Das stimmt Ja das ist gut Das Ach ich wollt keiner sagen Das ist noch einer Aber das ist nur ne Ne doch das Das ist noch einer Oh warte Wir pullen die beide Ne Das wird lustig Na ich nehm den Linken Ich auch Komm den nimmern die Zange Komm den nimmern die Zange Hab ich dich was mitgebracht zum Frühjahrers Na prima Ich hab keine Ausdauer mehr Der Bruder aber auch nicht mehr Mist ein Lebensbalken ist weg Das große Boxen Bei mir ist keiner weggegangen Was einen lang Ich hab keine Ausdauer mehr Werner Oh Jetzt wirds kritisch Das war ja auf einmal Nutzig Braucht jemand Munition? Ich brauche Ich brauche Ich brauche ein Medipack Ich könnte ein neues Stück Klinge gebrauchen So let's go Ey das ist aber cheaten Jetzt habe ich ein Dynamit Ich auch Ja dann lass den mal wegwerfen Das ist doch uncool Ja jetzt nicht Ich? Warum? Ist ja doch nicht so Ja du kannst den doch einfach dabei halten Aber ich würde jetzt nicht so viel mehr machen Wenn ich einen Mundalkampf waffen habe Ich hab wieder nichts gekriegt Vorprogrammiert Da selbst noch Ja 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 Ihr seid so Sozusagen Vorreiter Für mich Boah Zum Boss müssen wir jetzt Die Ewigkeiten laufen Ey Es kann doch nicht sein Also was ist effektiver als die Faust Eine Laterne Eine Laterne Eine Laterne Okay Jo Ah da ist ein Medipack Oh shit Oh shit Jungs ich brauche Hilfe Wo bist denn? Das sind zu viele und ich habe keine Ausdauer mehr Hier Ja Laterne Die andere Dürfe Eule ist noch mit selber reingerannt Ins Feuer Ja klar Ich find's ja immer wieder Äh Faszinierend Wie die Fackel Übrigens hier ist ein Medipack ne? Ja danke Danke ich hab schon eins da unten gefunden Ähm Achso Ich find's immer wieder faszinierend Wie die Leute ähm Also die Grunts Mit ner Fackel auf dich zurennen Dich einmal hitten Mhm Du Bist dann angesteckt von denen Und du steckst die dann an Und die fangen an zu schreien Ja Also die kommen mit Feuer nicht klar Ne Aber Großfressig damit rumfuchteln Ja Immer Immer Ich würd sagen wir müssen weiter Ja Na klar Wir sind doch schon fast da Wann sind wir da Ich muss auf Toilette Oder Triple M Also ich schleich mich ja an Triple M Micha Martin Max Ne Micha Matze Max So Was wollte ich Ich wollte doch irgendwas sagen Und nachher machen wir eine andere Challenge Dann nehmen wir die teuersten Waffen Oh ja geil Ich hab plötzlich keine Handroller Ne Oh Da ist einer Ne Low Budget Äh Find ich schon cooler irgendwie Jaja Oh shit Ich muss kurz rein Das ist ein Klasse Water Derby Weißt du wir sneaken hier über der Brücke und du rennst da wie you symbol durchs Wasser Okay Ne ich bin durchs Wasser geschlichen und dann noch einmal Nein Die haben mich erschossen Ach shit Die stehen alle da gleich links in der Ecke Oh nein Gleich kommt der nächste mit dem Säbel Sie denken sich Alter Spinnen die Hörst du ja Guck mal Hörst du echt ein paar Mal machen Uff Äh wer hat denn den erschossen Joll Das sind mehrere Spieler hier Pfff Puff Äh Oh fuck der steht ja noch an Hahahaha Der hat den gerade aufgeholt Komm bitte, nipp uns auf Ja, ich habe wenigstens einen gekillt, Jungs Ich dachte gerade Achtung, die steppen da durchs Wasser Ich habe gerade wirklich gedacht, die haben ihren Mate gekillt, ne? Ne, die haben ihn aufgeholt Au! Ich blute Ich muss stoppen Wir sind draußen im Wasser Da trägst Boss Ey, hier draußen ist einer, gleich links Scheiß So, haben wir gerade mal den Boss gekillt Nicht so geil Oh doch, perfekt Das Ding ist, hier ist der einer, ne? Ja, das gleich links Nein, mach doch die Tür Achso Hat er ja zugemacht Ja Ey, sorry, da ich die Verbandung schon angefangen habe Ich habe erst zu spät realisiert, dass du irgendwo in die Smatze Wollen wir, wollen wir zu zweit rausrennen und ihn zum Natzen? Also ich gehe hier drüben raus Weil der steppt, der steppt hier Das rechts irgendwo, hä? Genau, genau, hier Oh wow Hä, wie das? Ich habe nur noch, ähm, durch die Wand, ähm Die Challenge Gnadenlos schiefgegangen Oh Mann Oh, da drin Oh, ich hätte wenigstens Oh, da waren zwei Typen und ich habe mich schon gefreut, ich kriege vielleicht zwei und habe nicht mal einen gekriegt Hä, er hat mich nicht durch die Wand, er hat mich nicht durch die Wand gekillt, er hat mich einfach nur, nur einen Headshot hat er mir gegeben Na, von hinten, da kam von hinten Da waren, die waren wieder drin Die waren drin, oder was? Mhm Oh, nicht blöd Also, pass ich mal auf hier, ne? Nochmal, oder? Klar Mir war es gut, ich kenne ihn ein, drehe mich um, auf einmal, scheiße, wo kommt der denn? Ja Da hat er sich gleich sein Feuer mit abgeholt, der Sportfreund Ja 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 Ja